In letzter Zeit bekomme ich oft diese Frage. Hey, in einigen Ihrer Videos haben Sie gesagt, dass wir mit einer Inflation konfrontiert werden, wenn Regierungen weiterhin so viel Geld drucken. Aufgrund der Pandemie haben die meisten Regierungen Billionen gedruckt. Wo also bleibt die Inflation? Schauen Sie sich einfach diese Grafik an. Amerikas Geldmenge wächst anfangs langsam – so um das Jahr 2008 herum. Aber sehen Sie sich diesen enormen Anstieg von 2020 an. Wenn Sie eine Grafik wie diese sehen, fragen Sie sich natürlich, weshalb so viel Geld in Umlauf gebracht wurde und warum ist trotz der enormen Zunahme der Geldmenge keine schwere Inflation eingetreten. Sie haben wahrscheinlich gelernt, eine Inflation ist dann zu erwarten, wenn die Geldmenge steigt. Aber warum haben wir noch keine Inflation? In diesem Video werde ich erklären, warum wir keine ernsthafte Inflation erleben und warum das Erhöhen der Geldmenge nicht immer eine Inflation verursacht. Tatsächlich können Sie so viel Geld drucken, wie Sie wollen. Eine Inflation wird nicht auftreten, weil die Erhöhung der Geldmenge nur die eine Hälfte der Gleichung ist. Sie fragen sich wahrscheinlich, was die andere Hälfte ist, die es für eine Inflation braucht. Nun, die zweite Hälfte ist etwas, das Umlaufgeschwindigkeit des Geldes genannt wird. In meinen Wirtschaftskursen der Universität hatte ich zunächst Mühe, dies zu verstehen. Letztendlich habe ich es doch verstanden und werde versuchen, es Ihnen in einfachen Worten zu erklären. Simpel ausgedrückt ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eine Messgröße, wie oft eine Währungseinheit von einer Person zu einer anderen bewegt wird. Ein Beispiel. Sagen wir, Sie haben 30 Euro und haben Hunger. Sie gehen also in ein Restaurant und kaufen ein schönes, saftiges Steak. Der Besitzer des Restaurants nimmt dieselben 30 Euro, die Sie ihm gerade gegeben haben, und geht zum Metzger in seiner Straße und kauft Fleisch. Und im Gegenzug nimmt der Metzger die 30 Euro und kauft Sprit für sein Auto. Mit ein und denselben 30 Euro wurden Waren und Dienstleistungen im Wert von 90 Euro erworben, weil sie dreimal den Besitzer gewechselt haben. Das ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Sie bedeutet, wie oft Geld den Besitzer wechselt. Je höher die Anzahl, desto höher die Umlaufgeschwindigkeit und desto höher die Anzahl der gekauften Güter oder Dienstleistungen. In unserem Beispiel war die Umlaufgeschwindigkeit drei. Deshalb wurden mit denselben 30 Euro Waren und Dienstleistungen im Wert von 90 Euro gekauft. Wenn die Umlaufgeschwindigkeit fünf wäre, dann wären es Waren und Dienstleistungen im Wert von 150 Euro gewesen. Die Umlaufgeschwindigkeit ist ein sehr wichtiger Indikator, um die Stabilität und Größe einer Wirtschaft zu messen. Wenn man die Umlaufgeschwindigkeit mit der Geldmenge des Landes multipliziert, erhält man das BIP, das Bruttoinlandsprodukt dieses Landes. Falls Sie es nicht wissen, das BIP zeigt die Größe der Wirtschaft an. Genauer gesagt ist das BIP der Endwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Land während einer bestimmten Zeit produziert werden. Ein Beispiel. Stellen Sie sich ein Land vor, in dem nur fünf Menschen leben. Dieses Land hat nur drei Euro. Mit anderen Worten, seine Geldmenge beträgt nur drei Euro. Es ist das einzige Geld, das in diesem Land existiert. Wenn diese drei Euro in nur einer Transaktion verwendet werden, dann ist das BIP dieses Landes drei Euro, weil wir gerade gesagt haben, dass wir zur Berechnung des BIP eines Landes die Geldmenge mit der Umlaufgeschwindigkeit multiplizieren müssen. Die Geldmenge war drei Euro. Die Umlaufgeschwindigkeit war eins. Ergo ist das BIP drei Euro. Steigt die Anzahl der Transaktionen auf zwei, dann wird das BIP sechs Euro. Wenn die Anzahl der Transaktionen drei ist, dann steigt das BIP auf neun Euro. Wenn jeder in diesem Land eine Transaktion macht, bedeutet dies, die Umlaufgeschwindigkeit ist fünf und das BIP des Landes als Ergebnis 15 Euro. Wie Sie gesehen haben, die Geldmenge hat sich nicht verändert. Ausschließlich die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit hat das BIP steigen lassen. Übrigens, wenn alle fünf Menschen in diesem Land Transaktionen durchführen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft gut funktioniert. Jeder fühlt sich glücklich und sieht positiv in die Zukunft. Diese Menschen kaufen und verkaufen sich Waren gegenseitig. Angenommen, die Dinge ändern sich plötzlich und jeder blickt pessimistisch in die Zukunft, weil zum Beispiel eine Pandemie ausbricht. Die Menschen hören auf, Transaktionen vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Umlaufgeschwindigkeit plötzlich auf Null fällt. Der Regierung dieses Landes gefällt nicht, was passiert. Um die Wirtschaft anzukurbeln, beschließt sie, die Geldmenge des Landes von drei Euro auf 15 Euro zu erhöhen. Jetzt hat sich die Geldmenge des Landes um das Fünffache vervielfacht. Wenn jedoch die Umlaufgeschwindigkeit nicht steigt, spielt es keine Rolle, wie sehr die Geldmenge erhöht wird. Das BIP wird sich nicht verbessern. Erinnern Sie sich noch einmal an die Formel. BIP gleich Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit. Jetzt haben wir vielleicht 15 Euro im Wirtschaftskreislauf. Wenn allerdings niemand eine Transaktion tätigt, dann sind 15 Euro multipliziert mit der Umlaufgeschwindigkeit von Null ein BIP von Null Euro. Die Regierung kann nun versuchen, mehr Geld zu drucken und die Geldmenge auf 30 Euro zu erhöhen. Solange jedoch die Umlaufgeschwindigkeit niedrig bleibt, mit anderen Worten, solange die Menschen pessimistisch in die Zukunft blicken, wird sich die Wirtschaft nicht verbessern. Wie Sie sehen, ist die Geldmenge nur die Hälfte der Gleichung. Die andere Hälfte ist die Umlaufgeschwindigkeit. Solange die Umlaufgeschwindigkeit niedrig bleibt, können sie so viel Geld in die Wirtschaft pumpen, wie sie wollen. Es wird keine Inflation geben. Heute werden die meisten Volkswirtschaften nach keynesianischen Prinzipien geführt. Der nach John Maynard Keynes benannte Keynesianismus wird durch Ökonomen gebildet, die überzeugt sind, durch das Erhöhen der Geldmenge die Wirtschaft ankurbeln zu können. Leider ist die Geldmenge nur die Hälfte der Geschichte. Die Psychologie der Menschen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Wenn sie zum Beispiel gut und glücklich in die Zukunft sehen, dann werden sie eher in den Urlaub fahren, mit ihren Freunden in ein Restaurant gehen oder sie werden das neue Telefon kaufen, das sie schon lange haben wollten. Wenn sie jedoch das Gefühl haben, dass harte Zeiten bevorstehen und die Zukunft sehr unvorhersehbar ist, dann werden sie jeden Euro, den sie verdienen, sparen. Sie werden in kein Restaurant gehen, sie werden keinen Urlaub machen und sie werden definitiv nicht das Telefon kaufen. Lassen sie uns also zur Ausgangsfrage des Videos zurückkehren. Warum findet trotz der Geldmengenausweitung keine Inflation statt? Nun, ich würde sagen, schauen sie einfach auf ihr eigenes Leben und sie werden die Antwort finden. Wegen der Pandemie sind sie wahrscheinlich eher pessimistisch, was die Zukunft angeht. Ergo geben sie weniger aus. Ganz im Gegenteil, sie versuchen zu sparen und vorbereitet zu sein. Genau wie ihnen geht es auch anderen. Das bedeutet auf der Makroebene, dass die Menschen kein Geld ausgeben außer dem absoluten Minimum. Infolgedessen hat sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes verlangsamt. Da sich die Umlaufgeschwindigkeit verlangsamt hat, hat die Erhöhung der Geldmenge keine ernsthafte Inflation verursacht. Aber es wird die Zeit kommen, in der die Menschen wieder ein positives Gefühl entwickelt haben. Sie werden überzeugt, genug gespart zu haben und beginnen ihr Geld auszugeben. Zu diesem Zeitpunkt nimmt die Umlaufgeschwindigkeit zu. Kombinieren sie dies mit der Menge an zuvor gedrucktem Geld, werden wir eine große Inflation erleben. Wenn sie ein reales Beispiel für das gerade beschriebene haben wollen, dann lassen sie uns zurückgehen ins frühe 20. Jahrhundert, zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Deutschland verließ den Goldstandard und setzte das Recht seiner Bürger aus, ihre Währung, die Mark, in Gold und Silber einzulösen. Wegen des Krieges druckte die deutsche Regierung ständig Geld und die Zahl der umlaufenden Geldmenge vervierfachte sich während des Krieges. Die Preise hatten jedoch nicht mit der Inflation der Geldmenge Schritt gehalten. Die Auswirkungen der Inflation waren also nicht zu spüren. Der Grund dafür war, Menschen neigen in Zeiten der Unsicherheit dazu, jeden Pfennig zu sparen und der Erste Weltkrieg war definitiv eine Zeit großer Unsicherheit. Obwohl die deutsche Regierung tonnenweise Geld in das System pumpte, gab es noch niemand aus. Aber mit dem Ende des Ersten Weltkrieges stieg das Vertrauen der Menschen und sie begannen ihr Geld auszugeben. Innerhalb kurzer Zeit stiegen die Preise und holten die vorherige Gelddruckerei ein. Kurz vor Kriegsende lag der Wechselkurs zwischen Gold und Mark bei etwa 100 Mark pro Unze. Um 1920 schwankte er jedoch zwischen 1.000 und 2.000 Mark pro Unze. Die Einzelhandelspreise stiegen kurzzeitig um das 10- bis 20-fache. Im weiteren Verlauf des Jahres 1920 und in der ersten Hälfte des Jahres 1921 verlangsamte sich die Inflation und oberflächlich betrachtet begann die Zukunft ein wenig besser zu werden. Die Wirtschaft erholte sich, die Geschäfts- und Industrieproduktion stieg. Jetzt jedoch mussten die Kriegsreparationen bezahlt werden. Also hörte die Regierung nicht auf, Geld zu drucken. Im Sommer 1921 begannen die Preise wieder zu steigen und bis Juli waren die Preise um weitere 700 Prozent gestiegen. Plötzlich begannen alle ihr Geld auszugeben, sobald sie es bekamen. Wenn die Leute ein Bier trinken gingen, kauften sie zwei bis drei Biere auf einmal. Denn bis sie das erste Bier ausgetrunken hatten, war der Preis für das zweite Bier schon wieder gestiegen. Wegen der Inflation. Ich persönlich sehe zwei Ähnlichkeiten zwischen dem, was in Deutschland in den 1920er Jahren passiert ist und dem, was heute passiert. Die Regierungen drucken weiter Geld und es herrscht Unsicherheit wegen der Pandemie. Natürlich kann man die Pandemie nicht mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen. Doch sie verursacht definitiv viel Unsicherheit. Aber es wird auch die Zeit wieder kommen, in der sich die Dinge ändern werden und die Leute wieder anfangen werden, Geld auszugeben. Zuvor gedrucktes Geld wird aus seinen Verstecken kriechen. Die Menschen werden anfangen, Geld auszugeben, weil sie das Gefühl haben, genug gespart zu haben. Für einige Leute wird die Sparschwelle bei 45.000 Euro liegen, für andere bei 3 Millionen Euro. Dann wird die Umlaufgeschwindigkeit zunehmen und wir werden eine Inflation erleben. Einige sind der Meinung, dass wir eine Deflation statt einer Inflation erleben werden. Ich bin überzeugt, selbst wenn wir eine Deflation erleben werden, wird sie nur von kurzer Dauer sein und die Regierungen auf der ganzen Welt werden ihr Bestes tun, um sie zu vermeiden. Denn in einer schuldenbasierten Gesellschaft ist eine Deflation absolut verheerend. Ich bin mir sicher, dass Sie viel über die Gefahren der Inflation hören. Aber bestimmt nicht genug über die Deflation. Lassen Sie mich erklären, warum eine Deflation gefährlicher sein kann, besonders wenn sie sich in einem Land mit vielen Schulden befinden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Haushaltsschulden oder um Staatsschulden handelt. Sie wissen, dass Deflation das Gegenteil von Inflation ist. Während der Inflation steigt der Preis von Dingen und Geld verliert an Kaufkraft. Während einer Deflation passiert das Gegenteil. Die Preise sinken und das Geld, das sie besitzen, gewinnt an Kaufkraft. Man könnte doch zu der Überzeugung gelangen, dass es eine gute Sache ist, wenn Preise sinken, wie es während einer Deflation der Fall ist, oder? Man könnte auch denken, dass niedrigere Preise den Konsum anregen und damit die Wirtschaft stimulieren. Das ist nicht der Fall. Da der Wert des Geldes steigt, werden die Menschen den Kauf nicht unbedingt notwendiger Dinge aufschieben. Warum sollte man schließlich jetzt den neuen Fernseher kaufen, wenn man weiß, dass er nach ein paar Monaten billiger wird? Stellen Sie sich nun vor, dass, so wie Sie es tun würden, jeder im Land beschließt, seine Einkäufe aufzuschieben. Als nächstes sinken die Umsätze der Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und wenn Ihre Einnahmen sinken, beginnen Sie, Mitarbeiter zu entlassen oder Gehälter zu kürzen. Und wenn das passiert, haben auch Sie weniger Einkommen. Weniger Einkommen bedeutet, dass weniger Menschen in der Lage sind, Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die die Unternehmen produzieren, was wiederum zu weniger Einnahmen für die Unternehmen führt. Was wiederum bedeutet, dass die Unternehmen noch mehr Mitarbeiter entlassen werden. Es ist ein Teufelskreis, der immer schlimmer wird. Nehmen wir an, dass Sie vor der Deflation 3.000 Euro im Monat verdienen. Sie geben 1.200 Euro für Lebensmittel, Kleidung und andere wiederkehrende Kosten aus. Außerdem haben Sie noch eine Hypothek und einen Autokredit, die Sie jeden Monat 1.500 Euro kosten. Nachdem Sie also Ihre regelmäßigen Ausgaben und Kredite bezahlt haben, bleiben Ihnen 300 Euro zum Sparen übrig. 1.200 Euro für regelmäßige Ausgaben plus 1.500 Euro Kredit. Es bleiben Ihnen 300 Euro. Das Leben ist gut und Sie sind zufrieden. Aber jetzt stellen wir uns vor, es gibt eine Deflation im Land und die Preise aller Waren und Dienstleistungen sinken einschließlich der Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen oder Arbeitgeber erbringt. Da Sie ein guter Mitarbeiter sind, werden Sie nicht gefeuert, aber Ihr Gehalt wird von 3.000 Euro auf 1.500 Euro gekürzt. Natürlich sinken aufgrund der Deflation die Preise für Ihre Lebenshaltungskosten, wie zum Beispiel Lebensmittel. Aber wissen Sie, was nicht sinken wird? Ihre Schulden. Ihre Hypothek und Ihr Autokredit werden bei 1.500 Euro im Monat bleiben und belaufen sich damit auf dieselbe Summe wie Ihr gesamtes Einkommen. Glauben Sie, Ihre Bank wird Ihnen entgegenkommen und auch Ihre Hypothek reduzieren? Nun, das wird nicht passieren, denn Schulden sind nominal. Wenn Sie sich 300 Euro leihen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese 300 Euro zurückzahlen. Egal, ob Sie nun mehr oder weniger Kaufkraft haben. Das ist der Grund, warum Regierungen eine Inflation bevorzugen. Denn Sie können sich heute mit einer starken Währung verschulden, aber mit einer schwächeren Währung zurückzahlen. Inflation kommt den Kreditnehmern zugute und die größten Kreditnehmer sind heute die Regierungen. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass das Inflationsszenario wahrscheinlicher ist als eine Deflation. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefällt, ziehen Sie bitte in Erwägung, ein Abonnement abzuschließen und sich das Video anzusehen, das Sie gerade auf dem Bildschirm sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Tag!